Was machst du noch außer dem Motorradfahren? Squash spielen. Squash spielen? Cool. Wie ist es so, wenn man einfach keinen Gegner hat, sondern nur eine Wand? Cool. Wer bist du daneben? Hi, Ella. Hi, Ella. Was ist dein liebes Hobby? Was machst du, Ella? Ich gehe bowdern. Bowdern. Du hast doch explizit gesagt, ich möchte irgendwas an der Wand machen, wo er nicht da ist, oder? Oder es wäre krank, wenn du an der Wand bowderst, wo er Squash spielt. Sondern sie einfach so, die Challenge ist, dich nicht zu treffen, weißt du? Okay, cool. Seid ihr bei dem Pärchen? Bro, da lehnen sich sogar die Italiener vor, Alter. Das war wirklich unangenehm für uns alle. Woher kennt ihr euch? Aus einer Bar. Ja, aus einer Bar. Aus einer Bar. Und seitdem, ihr seid dann zusammen hergekommen und werdet aber nicht zusammen wieder gehen. Oder was? Oder? Das ist das, was ihr mir sagen wolltet. Wir gehen zusammen hier raus, ja. Das war's, oder?